Hallo liebe Immobilienfreunde, ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Mein Name ist Florian Iftner und ich bin seit einigen Jahren erfolgreicher Immobilieninvestor an einem schwächeren Standort mit der strategischen Ausrichtung des Buy and Hold. Mir gelingt es Leerstand zu vermeiden und die rechnerischen Renditen auch auf das Konto zu bekommen. In Zukunft habe ich vor, mich mit Fix und Flip an einem besseren Standort zu beschäftigen. Wenn genau das dich interessiert, dann abonniere den Kanal und aktiviere vor allem auch die Glocke, dass du keines meiner Videos verpasst. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß beim Anschauen der Videos auf meinem Kanal und kommentiere fleißig und gib mir Feedback, wie dir die Videos gefallen und was du künftig sehen möchtest. Bis bald, dein Florian. Bis bald, dein Florian.